Hallo und herzlich willkommen zur K.O. Folge Nummer 2, Fade 45, Kartoffeln. Ja, mit dabei ist wieder Horschi. Moin Moin. Daniel. Hallo. Luca. Moin. Und Basti. Der muss weg. Was? Ja, wir haben fast ein Vorgewende geschafft in der letzten Folge. Ich weiß nicht, habe ich beim Feld angefangen aufzunehmen? Ja, so eine Ecke wieder angefangen. Ich glaube, ja. Ja, das heißt, wir schaffen fast in 15 Minuten fast einmal rum ums Feld. Ne, Basti, also wenn du nachher alleine bist, ne, ähm, bis morgen Nachmittag. Dann sehen wir uns morgen früh wieder. Wenn du auch hier gehst, hast du auch guten Kampfer. Ja. Moin. Du kannst Alpha noch die ganze Nacht einspannen. Alpha hat Feuer. Hat er gesagt. Letztlich muss ich mir durch. Ja. Wir müssen mal warten. Warten mich jetzt. Leer, so. Leer. Kurt muss ja leider arbeiten. Hm. Der kann mich auch im Klo besuchen. Mhm. Ich finde auch, wie der Montag. Der ist eigentlich mit dem Schnur. Ist ja nicht immer langsam wieder gesund. Der hat aber Urlaub. Ja, du musst mir den Mellag. Krank ist nicht Urlaub, ne? Basti. Nicht? Nee, mitnichten. Ich weiß, er hat mal mein Kampfer vielleicht doch mit Urlaub. Ach, auf der 4 hat die Räume gemacht. Dich. Wo ist denn? Dank. Achso, Basti, weil du es fast voll bist. Ja. Vielleicht kommt Daniel dich ja auch abtanken. Nee. Ich fahre mich jetzt an rein in die Karte. Hallo, wir sind auf dem gleichen Feld. Du brauchst keine 2 Minuten dahin. Ja. Ja. Ich weiß, ich war langsam. Ich kann nicht schneller. Ja, aber das hat mich ja angetragen. Ja, eure Idee. Meine nicht. Ich war raus. Mein Internet hat mich geholfen. Ich war nicht dabei. Na ja, Basti. Du hast Urlaub geschrieben. Wo ist eigentlich King? Ja, ich war arbeit. Fert mal ein. Oh, ich seh den Kappenkuller schon. Also, wir sind gleich unten. Jeff. Ja. Boah, jetzt kann ich ja gar nicht fahren, wenn der mich abtankt. 5 kmh. Was soll denn das? Was hast du denn für eine Gurke geschnappt wieder? Ja, das ist nur, weil du da fährst. Schau mal, jetzt war ich wieder 12 fahren. Du bist mir ausgebremst. Ja, und jetzt kommst du aber auch nicht vorwärts. Machst du dich drauf hin schneller. Ja, weißt du warum? Weil ich hier auf einer schrägen fahr. Einer muss so außen fahren. Hm, geht nicht. Schade. Na ja, das hättest du wohl gern. Jetzt probier's erstmal, weil du meinst, wie schnell es ja voll ist. Das sahen sie nicht, oh Chef. Wie fährt ein Chef? Da, Andi hat gesagt, du sollst in die Lage fahren und was? Krass, in die Lage brauche ich noch. So, Basti macht hier unten nochmal die Vorgewende und wir können wieder hochfahren, ne? Machen wir oben die zwei. Hm. Ja, so würde er nichts mitfahren. Das gröbe Feld kriegst du nicht abgeendet damit. Ja, jetzt hättest du dich festgefahren. Warte, warte, warte. Danke. 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 Das ist ja mein Heum. Oder ist er nur gemütet? Gekauft. Wir haben genug Geld, wenn wir die großen Felder auch mal zu grünen machen, sind drei Holmer gar nicht verkehrt. Kommt ja genug Geld rein. Eigentlich wären wir ja genug Leute dafür. Ja. Sag mal, Schäfer hat Julian eigentlich gesagt, ob er jetzt wieder öfters kommt? Wo er unten mal euch war, ich weiß nicht. Nee. Oh, ich hab ja nur gesehen, der war bei euch drin. Ja. Der verlorene Sohn. Genau. Hab ich mir nach oben. Ja, beim oben. Boah. Wir fahren erst durch, ne? Der mit der Frau wieder aus nach. Na ja, die gerade oben. Ach so. Nö. Du schaffst das nicht komplett. Nee. Sicher? Wie er das? Probier's. Ah, Alpha ist online. Na endlich. Kriegen wir Verstärkung. Oh, der hat sich schon beim ETS angemeldet gerade. Hat er nicht. Sicher? Ja. Wollte grad sagen. Simon ist auch online. Oh. Läuft doch langsam. Wir müssen nicht mehr raufkommen. Können wir noch Heuma mieten. Ja, Mahlzeit. Ah, Mahlzeit. Alba antreten, Klappstuhl. Los, hopp. Zeichnen auf. Ich hab schon rauf. Machen Kartoffelfolgen. Oh, Kartoffelfeld. Ich freu' mir. Siehste? Alba hat mein Finger hingesehen. Wieso? In der ersten Folge haben wir fast ein Vorgewende geschafft. Oh, doch. Ja. Ich weiß ja nicht. Wessen tolle Idee das war. Ja, meine nicht. Äh, weiß ich gar nicht. Ja. Ich kann mich nicht erinnern. Ich wohne in meinen anderen. Guck mal, siehst du, das schaffst du hier einmal rüber. Schaffst du locker. Also die vier groß, einmal vier groß haben wir jetzt schon voll geniegt. Falls immer noch Hänger sucht, die vier großen stehen unten bei meinem Traktor. Mit deinem Traktor. Bei Rinder. Ich hab Simon gerade mal angeschrieben. Ich hab geschrieben, komm auf den Discord. Kartoffel Party. Hm. Mal gucken, ob er so. Ja, jetzt kommt die Robbe. Der vierte. Der vierte kommt jetzt. Robbe, du wirst. Die Nacht ist jetzt. Das macht mir doch nichts. Ich hab gerade geschlafen und du? No. Ich hab noch nicht geschlafen, wo ich dann nur meinen Rechner neu starten kann. War mir schon klar. Wie war das Spiel? Wenn ein Mitspieler kommt, kann ein anderer gehen, ne? Ja. Ich war der erste. 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 Nö. Oh, Alfa, tritt mal deine, deine, deine Hamster-Entwick dann. Boah ey. Ich weiß nicht, was los ist hier. Gewicht sich nicht. Halbes Video mit Synchrofolge, ey. Das lohnt Ihnen Aufwand nicht. Ich hab jetzt hier unten eine Türke vor die Wände gezogen, ne? Ich warte, bis er wieder unten seid, da soll zusammenkommen, ne? Jo. In der Zeit fall ich hier hin und her. Hm. Oder doch, kannst du uns hochfahren, wenn du gerade, ne, falsche Seite, ja, fahr weiter. Ich krieg' ja hier keinen Abtanker. Alfa! Ne, Luca und Daniel tanken das schon ab. Und was macht Alfa denn? Ich dachte auch Holmer. Ja, dann hol ich mir auch einen Holmer. Ja, aber ich bräuchte aber trotzdem noch einen Abfahrer, wenn wir zur Fabrik gewohrt hinbringen, dann bin ich immer so schnell zurück. Ja, okay. Die Fabrik ist ja bald voll. Die Fabrik ist ja bald voll. Die Waschanlage habe ich voll gemacht und in den Häuschen hier sind ja zwar zurück. Ja, aber wenn wir hier zusammenfahren, wie Holmer immer runter und hoch, dann reicht eigentlich auf dem Feld ein Abfahrer. Ja. Weil so extrem ist er ertragen nicht. Das geht schon. Habt ihr denn da, eine Hänger da oben, oder was? Ne. Ja, die vier große stehen da unten bei der Rinderfahrflug an meinen Traktor. Die haben mich ja nicht gelassen, ich sollte Holmer fahren. Dann soll ich die anderen bei mir ranklatschen, die vier? Also mit achte, mit achte will ich nicht durch die Straße fahren. Ne, bleibst du irgendwo hängen, das muss nicht sein. Ich hole mir jetzt mal vier und stelle den Trecker damit hin. Die beiden nicht da wollen, ich habe einen Paar schritten. Okay. So, ich komme jetzt noch zu euch. Weiß einer wie viel in die Rinder zu rein geht da unten, bei der Waschanlage? 500.000. Okay, wir sind jetzt mit 320.000, nur eine ist die Falle. Glaube ich. So, ich habe alle Hänger aneinander da, oder? Nö, nur drei. Fahre doch eben alle hier und sind, bin ich bekloppt, oder was? Ja, dann kannst du besser zum Waschanlage fahren, weil ich habe da viel zu viel Regierungen. Anzut mal den, Luca, das ist einer ehrlich. Gut, die Drehschäbel ist das ganz schön. Die ersten zwei, drei Stück, die grämen noch, aber der letzte ist voll für den Arsch. Ey, lass mir auch ein bisschen Platz. Platz. Ne, der erste ist sowieso schon voll, der zweite auch gleich. Ich meine nicht. Deswegen gehe ich weiter durch ins Hof labern. Mit dem Drehschirm ist das einfach. Hm. Ich bin gleich leer. Ne. Ja. Fangen wir dann oben an, oder machen wir unten? Wir fahren jetzt zu Basti runter hier. Okay. Oh. Noch nicht. Glück ab. Hast du einen Kurs? Nö. Du sollst einen Kurs machen. So fahren wir doch runter. Ja. Wir fahren nach Nord und nach Süd. Deswegen haben wir hier oben vier Vorgewände gemacht. Und er unten. Sonst hätte das doch keinen Sinn gemacht. Ja. 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 So Leute. Ja. So Leute. Das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen, lass gerne einen Daumen da. lassen. Ansonsten gerne was in die Kommentare schreiben. Und euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.